Wir wollen heute sprechen über Remote Innovation. Wir sprechen fast immer über Remote Innovation, weil das ist so ein bisschen das Thema, mit dem wir uns hier in der Company beschäftigen und wir wollen aber da so ein bisschen tiefer eintauchen und das sind wir. Sarah, habt ihr gerade schon gesehen und gehört, sitzt ja auch in Hamburg, aber ein paar Kilometer von mir entfernt und ich. Wir kümmern uns bei Silicon Pauli um unterschiedliche Themen, aber im Grunde geht es immer um das Thema Remote Innovation, viel im Consulting-Bereich, sagen dann nachher noch was zu, haben ein kleines Produkt jetzt auch auf den Markt gebracht, aber in erster Linie ist das ein Beratungsgeschäft und darum kümmern wir uns und noch ein paar andere Leute und wir führen euch da heute durch. Ich glaube, heute werde ich ein bisschen mehr reden, beim nächsten Mal vielleicht Sarah auch und dann schauen wir, wo uns das Ganze hinbringt. In der Einladung standen ja schon mal so ein paar Sachen und ich glaube, was interessant ist, ist, dass wir heute vor allem ein paar Fragen stellen wollen, weil wir, glaube ich, noch gar nicht viele Antworten haben und die Fragen, mit denen wir uns so beschäftigen in unserer Beratungsarbeit, aber natürlich auch übergreifend sind die, die auch in der Einladung standen. Also, wenn wir Innovation entwickeln wollen, wie können wir das eigentlich machen, wenn wir gar nicht alle physisch in einem Raum sind? Anderes Thema ist, wie können wir eigentlich eine Kultur aufbauen, wenn wir uns immer nur über Zoom-Calls sehen? Wie können wir Produkte entwickeln, ganz konkret, die einen Need lösen, wenn wir alle an unterschiedlichen Orten sind? Wie können wir aber auch größer gedacht eigentlich dazu was beitragen, dass wir hier im deutschsprachigen Raum wieder eine Innovationsführerschaft hinbekommen? Also können wir das vielleicht auch nutzen? Das ist eine Riesenchance vielleicht, um diese Lokalität, in der wir, glaube ich, oft stecken, in diesem Land so ein bisschen aufzubrechen. Und natürlich am Ende auch ganz subjektiv können wir auch die Arbeiten machen, die wir alle cool finden und die uns Spaß macht und die uns erfüllt. Das ist so ein großes Potpourri an Fragen, mit denen wir uns eigentlich tagtäglich mal mehr, mal ein bisschen weniger beschäftigen. Und für uns, ich habe das gerade eingangs gesagt, stellt sich die Frage, wenn diese Usergroups eh alle virtuell sind, welchen Unterschied macht es dann, ob es eine Hamburger ist oder eine Berliner oder eine Rhein-Ruhr oder eine Zürcher oder im Zweifel auch eine aus Austin, die Antwort darauf kann eigentlich nur sein, dass wir uns thematisch fokussieren. Und für uns ist eine thematische Fokussierung sicherlich dieser ganze, wie gesagt, Potpourri aus Remote-Arbeit und dann auch noch enger Remote-Innovation. Und was wir am Ende machen wollen, ist, dass es eigentlich so eine Open-Ended-Discussion ist, die wir hier über die nächsten Monate führen wollen. Das heißt, es geht gar nicht darum, dass wir alle zwei oder alle drei Monate ein Event machen und dann gibt es dieses Event und dann ist fertig, sondern es ist eine Art von Exploration, dass wir gemeinsam mit den Leuten, die darauf Lust haben, die daran Interesse haben, zu überlegen, was kann man daraus eigentlich machen? Also ist das mehr, als sich alle paar Monate in einem Zoom-Call zu treffen? Und mögliche Ergebnistypen können dann sein, wie erstens können wir Templates entwickeln, um die Arbeit mit Miro besser zu machen oder vielleicht auch mit anderen Tools? Dann können wir Content erstellen, der uns hilft dabei und anderen hilft, irgendwie in diesem ganzen Nebel von Remote-Work eigentlich zurechtzukommen. Können wir vielleicht eine Form von Community, die über diesen Zoom-Call hinausgeht, schaffen, wo Leute sich irgendwie unterstützen, gemeinsam an was arbeiten? Können wir vielleicht sogar Software machen oder letzten Endes können wir vielleicht sogar dafür sorgen, dass an der richtigen Stelle Kapital bereitgestellt wird, um bestimmte Dinge, bestimmte Innovationen im Remote-Umfeld zu fördern? Oder gibt es vielleicht ganz andere Formen, an die wir noch gar nicht gedacht haben? Aber das ist so ein bisschen unser Angang hier und das wollen wir so ein bisschen auch heute einfach auch mal diskutieren. Was sind eigentlich die Fragen A, die uns hier alle umtreiben und B, in was für eine Richtung können eigentlich auch Lösungen hingehen? Und wie gesagt, wir haben da noch keine Antworten drauf, aber ich glaube, der erste Schritt ist, die richtigen Fragen zu stellen und genau das wollen wir hier machen. Wir möchten gerne einmal euch ein bisschen involvieren. Und zwar, für uns ist so, ich glaube, es ist sehr unterschiedlich, wie Leute die letzten, sagen wir, 18 Monate wahrnehmen. Und für manche, ich habe heute Morgen gerade eine Diskussion darüber, für manche kann das nicht früh genug wieder enden und denen fehlt die persönliche Interaktion wahnsinnig und andere kommen damit sehr, sehr gut klar. Und dementsprechend ist aber natürlich auch die reine Quantität dessen, was Leute erlebt haben, gerade wenn es um so Workshop geht, sehr, sehr individuell und unterschiedlich. Und was wir mal machen wollen, ist hier so ein kurzes Stimmungsbild zu schaffen. Das heißt, jeder schnappt sich hier so einen gelben Punkt und schiebt den mal auf den einzelnen Ebenen an die Stelle, wo sie oder er sich verortet. Also, wie viele Remote-Workshops hast du in den letzten 18 Monaten als Teilnehmer oder Teilnehmerin besucht? Wie viele hast du selber geleitet? Was glaubst du, wie viel davon dieser Zeit in diesem Workshop war eigentlich produktive Zeit? Schiebt da einfach den gelben Punkt an die Stelle, wo ihr glaubt, dass er richtig aufgehoben ist. Dann individuell, was funktioniert für euch eigentlich am besten? Der gute alte Offline-Workshop, wie wir ihn vor anderthalb Jahren vielleicht das letzte Mal gemacht haben? Remote oder eine Form von Hybrid? Und als Letztes wollen wir nochmal wissen, was habt ihr das Gefühl, welche von diesen Feldern stellt eigentlich die größte Hürde für euch dar in Innovationsprojekten? Also, ist es eigentlich das Thema Ideen entwickeln? Ist es das Thema Stakeholder mitnehmen? Habt ihr ganz banale Probleme mit technischem Setup, gerade mit anderen Teilnehmern? Gibt es rechtliche Bedenken in großen Unternehmen? Gibt es eine Schwierigkeit, Energielevel in virtuellen Meetings hochzuhalten? Ist es weniger eine Frage von Ideenentwicklung, sondern eher eine Frage von Ideenumsetzung? Gibt es Kulturprobleme? Also, schafft ihr es eigentlich, zerfleddert gerade so eine Unternehmenskultur oder war sie noch nie da? Das haben wir ja doppelt. Oder gibt es ganz andere Themen? Das wollen wir einfach mal wissen. Hier geht es einfach darum, um ein kurzes Schimmungsbild. Ich würde mal irgendwie einfach ein paar Minuten hier geben und jeder nimmt sich mal so einen gelben Punkt, dass wir einfach mal so ein Gefühl haben, wo stehen wir eigentlich? Okay. Lass uns das mal anschauen. Also, ganz interessant. Wie viele habt ihr eigentlich besucht? Wie viele Remote Workshop in den letzten 18 Monaten? Wir haben ja irgendwas zwischen 5, vieles so um die 10, 20. Hier haben wir so ein paar Outlier, 42, 43 und über 50. Interessanterweise auch über 50 moderiert, was eine ordentliche Zahl ist. Also, wenn wir mal davon ausgehen, dass ein Jahr ohne Ferien 52 Wochen hat und ihr in anderthalb Jahren jemand 50 Workshops moderiert hat, ruht ab. Also, ich habe ein paar moderiert, aber ich komme lange nicht auf 50. Überraschenderweise hier natürlich ein bisschen weniger, aber was man, glaube ich, sieht, da waren durchaus ein paar Remote Workshops dabei in den letzten 18 Monaten bei den meisten Leuten. Wir haben hier niemanden, der irgendwo bei einer Null war. Produktive Zeit. Okay, das finde ich spannend. Wir sind bei ungefähr einem Cluster um die 75 Prozent, was ich finde, ziemlich viel ist. Also, wenn man überlegt, wie hoch die produktive Zeit gefühlt in Offline-Meetings vor Corona war, dann sind um die 75 Prozent echt enorm. Spannend. Und was funktioniert am besten? Offline-Workshops hat hier einen kleinen Überhang gegenüber dem Remote-Workshop. Wir haben nur einen Hybrid-Workshop. Da muss man natürlich ehrlicherweise sagen, hier hat doch jemand themenbedingt hingeschrieben, was bedeutet Hybrid eigentlich? Vielleicht kann man auch darüber nochmal sprechen. Und dann wollten wir nochmal wissen, welche Hürden habt ihr eigentlich? Primär das Thema Energielevel und das Thema Unternehmenskultur sind beides Dinge, glaube ich, die nicht so wahnsinnig überraschen. Energielevel hochzuhalten in Remote-Workshops ist, glaube ich, eine der größten Herausforderungen, die wir alle haben. Gerade, weil Leute relativ einfach abgelenkt werden können, abgelenkt werden wollen. Einfach mal schnell das Meeting wechseln können, relativ unkompliziert, macht aber den Workshop nicht besser. Super spannend, vielen Dank. Gibt es dazu noch Kommentare oder gibt es noch eine Frage dazu? Ich hätte sonst noch mal eine Frage an euch alle, weil ich gerade so darüber nachgedacht habe, ob ihr vielleicht das Gefühl habt, dass jetzt durch einfach die Situation, dass ihr auch, weil es diese ganzen Remote-Workshops gab, dass ihr dann eher zu Workshops hingegangen seid? Also seid ihr zu mehr Workshops insgesamt gegangen als vorher? Habt ihr so das Gefühl, dass euch das so motiviert hat? Ihr könnt gerne was sagen oder diese Zoom-Daumen benutzen, wenn ihr mögt. Ich glaube, bei mir war das schon bei manchen Workshops so, dass ich dann gesagt habe, ach, da kann ich ja online einfach mal reingehen, da gehe ich hin oder linke ich mich ein. Also bei mir, entschuldige Peter, jetzt bin ich hier vorweg gekommen, meinen Aufhänger habe ich tatsächlich ja schon am Anfang des Meetings so ein bisschen geteilt. Hier jetzt gerade bei mir in der Ecke Dienstlaken, da kann ich dir sagen, da passiert nicht so viel an Innovationsaustausch, Innovationscommunity, wenn du jetzt ein bisschen Richtung Ruhrgebiet reingehst oder dann Köln-Düsseldorf, die Ecke, okay. Aber es ist halt für mich sehr viel einfacher geworden, halt in so ein Format wie heute mal reinzuspringen. Es ist halt nur eine Stunde 15 investiert und nicht noch eine halbe Stunde hinfahren, eine halbe Stunde zurückfahren und so weiter. Das merke ich schon. Jetzt richtig Workshop-Formate im Sinne von auf der Arbeit mit Teams und so weiter ist, glaube ich, jetzt nicht unbedingt viel mehr geworden. Ich habe eher den Eindruck, dass das, was früher wenig facilitiert war, mehr facilitiert wird. Also das Normale ist halt mal ein Miro-Board reinzuschmeißen. Das Normale ist halt ein Check-in am Anfang zu machen, eine Agenda zu machen, dass sich das so ein bisschen gewandelt hat, weil wir eben die digitalen Hilfsmittel dazu haben, wird dann in der Gesamtheit aber nicht sagen, dass es unbedingt mehr geworden sind bei mir. Okay, danke. Okay, cool. Vielen Dank. Also, spannend. Viele Workshops, produktiv eingesetzte Zeit. Trotzdem sagen hier nicht wenige, lass uns mal wieder irgendwie offline was machen. Das ist eigentlich, funktioniert das besser für mich. Und wir haben die großen Themen im Energielevel und wir haben die großen Themen, kriege ich eigentlich eine Unternehmenskultur, wenn jeder zu Hause in seinem Arbeitszimmer oder seiner Ecke sitzt. Das sind Riesenthemen, mit denen wir uns auch, da gehen wir gleich nochmal zum Ende nochmal später darauf ein, auch intensiv beschäftigen wollen. Gerade das Thema Unternehmenskultur ist das, wozu wir, glaube ich, zwei spannende Speakerinnen eingeladen haben, die was dazu erzählen können. Ich möchte heute nochmal auf ein anderes Thema eingehen. Und zwar, wir nennen es Unknown Announce. Wir nennen es nicht so, wir haben den Begriff nicht erfunden. Er kommt eigentlich ursprünglich, haben die Menschen bei der NASA, glaube ich, mal zu starken Teilen geprägt. Und am bekanntesten wurde der ehemalige Verteidigungsminister Donald Rumsfeld unter George Bush, als er diesen Begriff genannt hat. Und ich würde gerne euch einmal dieses Video zeigen und dann ein paar Worte dazu sagen und euch erzählen, warum wir glauben, dass dieser Begriff von Unknown Announce etwas ist, der eigentlich aktueller denn je ist und was das eigentlich für uns bedeutet. Donald Rumsfeld-Presskonferenz geht nach 9-11 darum, ob amerikanische Soldaten in den Irak einmarschieren. Der eine oder andere wird sich daran erinnern. Und die Frage, die damals gestellt wurde, war, hat der Irak und das Saddam Hussein, hat der Atomwaffen? Das war die große Frage, die er im Raum stellt. Und Donald Rumsfeld sagt, so ein bisschen unglücklich hier, aber sagt, wir wissen es nicht. Und noch mehr, wir wissen nicht, was wir nicht wissen. Es gibt sogenannte Unknown Unknowns in diesem Kontext, in diesem Land. Das heißt, um überhaupt rauszufinden, was da sein könnte, müssen wir da rein. Ich will jetzt hier keine politische Debatte aufmachen, ob das politisch ein schlauer Schachzug war oder ob das die richtige Konklusion war. Die Idee dahinter ist aber interessant. Und wenn man sich vorstellt, dass der Begriff eigentlich aus der Raumfahrt kommt, dann macht er noch viel mehr Sinn. Also, wir wissen nicht, was da draußen ist. Also, wir müssen einen Helikopter auf den Mars schicken, damit er da rumfliegt, damit er Dinge entdeckt, von denen wir nicht mehr wissen, dass sie vielleicht da sein kann. Das sind Unknown Unknowns. Und es gibt daraus diese Matrix, 2x2 Matrix, die sieht so aus. Das heißt, es gibt Unknowns, relativ klar. Das sind Dinge, die wir wissen und Dinge, die wir kennen. Dann gibt es Unknowns. Das sind Dinge, die wir verstehen, aber von denen wir noch gar nicht, die wir nicht kennen. Es gibt Unknowns, auch das relativ häufig. Das heißt, es gibt Dinge, von denen wissen wir, dass es sie gibt, aber wir verstehen sie nicht. Also, Relativitätstheorie im Detail ist etwas, was wir alle grob kennen, aber ganz tief im Detail könnten wahrscheinlich die wenigsten von uns das erklären. Klassischer, ähm, klassischer, ähm, Known, Unknown. Und dann gibt es, wie gesagt, dann gibt es die Unknown Unknowns. Das sind Sachen, von denen wissen wir nicht mal, dass es sie gibt und wir kennen sie nicht. Und das Konzept, das hört sich auf den ersten Blick, wenn man sich noch nie damit beschäftigt hat, hört sich das ein bisschen seltsam und stark akademisiert an, aber es ist total interessant, weil Known, also alles, was in dieser ersten Zeile irgendwie stattfindet, ist das, womit wir uns beschäftigen. Es gibt ganz viele Dinge, die wir wissen. Also, wir wissen, dass Zoom-Meetings anstrengend sind auf Dauer. Das ist ein Known-Known. Ähm, und wir wissen, dass, ähm, um 8.30 Uhr in der S-Bahn in Hamburg zu sein, dass das nervt und die überfüllt ist. Das ist ein Known-Known. Und es gibt Known-Unknowns. Known-Unknown in unserem Kontext ist zum Beispiel, wir wissen nicht genau, wie wir Zoom-Meetings weniger anstrengend machen können. Wir wissen, dass das ein Problem ist und wir wissen, dass wir es nicht wissen. Die untere Zeile ist eigentlich die, die interessant ist. Die ganzen Unknowns, die es gibt, ähm, von denen wir noch gar nicht wissen, dass es sie gibt. Und dann unten rechts, die wir gar nicht verstehen. Und wenn wir uns jetzt, wenn wir einen weiter angehen, dann befinden wir uns bei allem, was Remote-Arbeit angeht, äh, heute in einem, äh, in einem klassischen, ähm, Tal der Tränen. Also das, was ihr hier seht, ist der, ähm, der Gartner-Hype-Cycle. Das heißt, das ist ein Modell dafür, wie Dinge, wie Trends entstehen. Das heißt, die sind irgendwo, das heißt, wenn wir das hier auf Remote-Work uns anschauen, dann fängt dieses, dieser, dieses Chart fängt im März letzten Jahres irgendwann an. Dann geht das schnell, das nach oben. Dann haben wir Mai, Juni, ähm, vielleicht auch August, September. Das funktioniert alles total gut. Alle sind total entzückt, dass sie zu Hause arbeiten können, ähm, und merken, das geht ja doch. Und jetzt sind wir da in diesem Tal der Tränen. Alle haben die Schnauze voll. So, das nervt irgendwie, das ist anstrengend. Man dehnt sich wieder zurück nach einer gewissen Normalität. Man möchte wieder in ein Office gehen. Man möchte wieder mit Leuten an der Kaffeemaschine quatschen. Man möchte vielleicht auch nicht das 130. Zoom-Meeting und den 50. Remote-Workshop haben. Klassisches Tal der Tränen. Ganz klassisch in einem, in einem Hype-Cycle, nachdem ein Trend abebbt, ähm, nachdem die erste Euphorie weg ist, werden Dinge auch auf Tod gesagt. Auch das passiert gerade. Das heißt, ganz viele Leute sagen, wir haben das jetzt irgendwie über ein Jahr ausprobiert und das ist Kacke. Hat doch nicht funktioniert. Haben wir doch schon immer gesagt. Die Leute wollen alle wieder ins Büro zurück und beschweren sich über die Zoom-Meetings. Ganz klassischer Fall von einem Hype-Cycle und von der Phase, in der wir uns gerade befinden. Und was interessant daran ist, und damit kommen wir, schlagen wir die Brücke zu dem Thema Unknown-Unknowns, ist, dass alles, was danach kommt, sind klassische Unknown-Unknowns. Also, es gibt ein paar Unknown-Unknowns, wenn wir uns die nächsten drei, vier, fünf, sechs Monate, vielleicht zwölf Monate anrufen. Da gibt es viele Dinge, von denen wissen wir heute, dass wir sie noch nicht wissen. Also, wir haben das gerade besprochen, Energie-Level, wie kriegen wir das hochgehalten? Wie kriegen wir eigentlich Unternehmenskultur in einem virtuellen Remote-Setting umgesetzt? Aber es gibt dahinter ganz viele Unknown-Unknowns, also Dinge, von denen wir noch gar nicht wissen, dass wir sie nicht wissen. Und das macht es interessant. Und wenn wir uns, wenn wir jetzt aus diesem Chart rauszoomen würden und das vielleicht auf eine 20-Jahres-Zeitachse packen würden, dann befinden wir uns da in den ersten fünf Prozent maximal. Das heißt, dieses Gefühl von, wir haben dieses Thema Remote-Work, das haben wir durchgespielt, 18 Monate reichen doch. Wir haben das jetzt verstanden und wir haben verstanden, dass das in vielen Fällen noch nicht funktioniert, ist ein Trugschluss. Wir befinden uns hinter dem ersten Hype sozusagen, hinter dem ersten Trend und das hat abgeappt. Und das, was danach kommt, ist eigentlich das, was wirklich interessant ist. Das heißt, in ganz vielen technologischen Trends gibt es Sommer und Winter. Also es gibt immer wieder, Krypto zum Beispiel hat, es gibt Kryptowinter und Kryptosummer. Wir haben jetzt so Kryptosummer klassischerweise. Und es gibt wieder Winter, in denen interessiert es keinen und Bitcoin-Kurse werden runtergehen. AI hatte immer wieder, Künstliche Intelligenz ist ein Thema seit 50, 60 Jahren in der Forschung, hat immer wieder kleine Peaks gehabt und danach wieder so Tal der Tränen, immer wieder AI-Winter gehabt. Was wir haben, wir haben jetzt einen Remote-Work-Winter. Das heißt, Leute wenden sich von dem Thema ab. Leute haben das Gefühl, das ist schwierig, ich habe da keinen Nerven da drauf. Und so richtig gut funktioniert das. Aber das, was interessant ist, ist quasi, was hinter dem Winter kommt. Und was das aber wahnsinnig kompliziert macht, ist, dass wir es halt eben nicht wissen. Wir wissen nicht, was kommt. Und wir können maximal Fragen stellen und dann können wir über die Zeit versuchen, diese Fragen zu beantworten. Und wir sind so ein bisschen angetreten mit der Miro User Group, dass wir gesagt haben, lass uns mal gucken, ob wir Fragen, Antworten auf einige dieser Fragen über die nächsten Monate entwickeln können. Und ich habe das anfangs gesagt, was das Outcome daraus ist, das wissen wir noch nicht. Also ist es nur ein Template oder ist es am Ende irgendwie vielleicht sogar ein Stück Software? Entstehen hier daraus vielleicht, entsteht hier raus vielleicht mit unterschiedlichen Personen ein Projekt, an dem wir arbeiten können? Können hier weitere Partner involviert werden, weil wir ein Thema identifizieren, was so groß und so wichtig ist, dass wir es größer spielen wollen? Ihr wisst es nicht, aber erstmal haben wir hier sozusagen die Plattform dafür, dass wir es explorieren können. Und das wollen wir machen. Wir würden gerne eine Sache mit euch machen und zwar der eine oder andere kennt das klassisches Retro-Spiel. Es ist Was lief gut, was lief schlecht? The Sailboat. Das heißt, wir haben hier oben oberhalb der Wasseroberfläche haben wir die Dinge, die gut liefen. Wir gucken uns hier wieder die letzten 18 Monate an und das Thema Remote Work. Also Was lief gut die letzten 18 Monate beim Thema Remote Arbeit? Und dann haben wir Sachen, die sind unterhalb der Wasseroberfläche. Die halten uns zurück. Also da haben wir den Anker, der Wind oben, der bläst und treibt unser Schiff an, positiv. Und wir haben den Anker unterhalb der Wasseroberfläche, manchmal auch Dinge, die sind gar nicht sichtbar, die halten uns zurück. Das heißt, ganz einfach gesprochen, Was lief gut? Und was finden wir interessant und positiv innerhalb der letzten 18 Monate beim Thema Remote Work? Und was nervt? Was ist schwierig? Was ist schlecht? Was raubt uns Energie? Worauf haben wir keine Lust mehr beim Thema Remote Work? Das ist unterhalb der Wasseroberfläche. Sarah hat gerade mal grün und rot gemacht. Das macht Sinn. Das heißt, schmeißt da rein, seid ehrlich, wir machen keine Farbkennzeichnung pro Person, sondern wir wollen einmal wirklich verstehen, was sind die Dinge, die für euch gut waren und die für euch schlecht waren in den letzten 18 Monaten. Okay, ich glaube, so viel schreiben gar nicht mehr. Lass uns doch mal anschauen, was hier gesammelt wurde. Also, positiv. Leserliche digitale Ergebnisse in Workshops. Ja, Wahnsinn, oder? Einfach eine saubere Ergebnisdokumentation. Anonymes Arbeiten möglich gegen Hippo. Glaube ich, super wahnsinniges Thema. Haben wir früher schon in Offline-Workshops probiert, in dem Leute Sachen auf Post-its geschrieben haben und wir sie dann an die Wand gepackt haben. Hier noch viel besser. Das heißt, Hippo heißt Earning Person in the Room, in the Organization. Wofür steht es? Also, heißt die Person, die am meisten verdient. Ich weiß nicht mehr, genau, wofür das Akkommunium steht. Bitte? Office vielleicht. Opinion. Hi. Opinion. Personal Opinion. Ja, ja. Hi. Personal Opinion. Kein Raum. Genau. Also, klassisches, ähm, klassisches Problem kennen die meisten, ähm, die Menschen, die in der, hier am weitesten oben stehen und, äh, damit auch am meisten verdienen, entscheiden oft über die Ergebnisse in Workshops. Das kriegt man hier über eine Anonymität in, ähm, Tool wie Miro super gelöst. Reisezeiten fallen weg. Ja, glaube ich, ähm, braucht keine Erklärung mehr. Flexibilität. Ähm, Reichweite Kunden, ähm, ich sag mal, was ich davon, darüber, davon verstehe. Ihr schreit auf, wenn ich das falsch interpretiere. Reichweite Kunden, damit würde ich verstehen, dass man ganz unterschiedliche Kunden ansprechen kann. Also, wenn ich in Hamburg sitze, kann ich relativ unproblematisch mit Kunden in ganz Deutschland oder potenziell sogar weltweit arbeiten. Kreativität und Improvisation, Effizienz, ja, effizientere Meetings, ähm, Vernetzung, weniger Hierarchie, Effekte durch Silent Voting, das ist das Hippo-Thema, ähm, Neue Wege des Storytellings, nicht immer nur PowerPoint und Keynote, weniger Introvert, Extrovert Gaps, super wichtiges Thema, glaube ich, gerade für Leute, die eher introvertiert sind, die sich in Meetings zurückhalten, wenn mehr geschrieben wird, auch das merken wir, wenn es mehr Einzelarbeiten gibt, dann kann jeder gleich glänzen. Ähm, Easier to get global team to work together in a more integrated way. Unbedingt niedrigere Hürden, ja, ähm, wir erleben ehrlicherweise gerade mit großen Unternehmenskunden teilweise das Gegenteil, ähm, Stichwort IT, ist nicht immer einfach, Leute in eine Mero oder einen Zoom-Call zu bekommen, ähm, ähm, und dann hängen die da mit privaten iPads und sowas, das ist nicht immer ein Spaß. Visual Option, ja, in der Tat, verschiedene methodische Ansätze als Backup, glaube ich, das ist total interessant, Methodik kriegt ein viel höheres Gewicht, man sagt es gerade am Anfang, ähm, viele Workshops sind besser vorbereitet, ähm, gerade durch Themen wie Mero Templates macht es total Sinn, auch auf etablierte Methoden zu setzen, Whiteboard als langfristiges Alignment-Tool, ja, also ich glaube, das ist was, was wir merken, ähm, vor einem Jahr, glaube ich, wurde Mero fast ausschließlich für Workshops benutzt, inzwischen ist es tatsächlich ein Arbeitstool für ganz viele Sachen, also ich habe heute gerade, ähm, ein riesiges Timing und Projektplan in Mero gesehen, ein Projekt, an dem wir tatsächlich arbeiten, weil jemand gesagt hat, es ist das einfachste Tool, das beste Tool, ähm, äh, wenn ich mit Asana arbeite, habe ich lange nicht die Flexibilität, die ich brauche, deswegen das, Fokuszeit ist Fokuszeit, ja, ähm, Menschen arbeiten zusammen, die sonst nicht zusammenarbeiten würden, sieht man gerade jetzt, in dieser Sekunde, Raum für Arbeiten selbst einrichten, ähm, die, das Vorteil vom Homeoffice, Einsatz von Remote-Software, erhöht Effizienz, das Thema Effizienz hatten wir ja auch schon mal ein paar Mal, ähm, internationale Vernetzung, Effizienz, Remote-Kollaboration, urzumahhängig, auch Workshop mit großen Gruppen möglich, interessant, wir haben das, bis in das Gegenteil, die Erfahrung gemacht, es ist möglich, aber es wird nicht besser, ähm, aber das ist, glaube ich, sehr subjektiv, das heißt, die alte Regel von sieben, acht Personen, die aktiv in einem Workshop mitarbeiten, gilt, glaube ich, zumindest für uns, gilt die Remote nochmal mehr, aber, ähm, wie gesagt, sehr subjektiv, Onboarding, ja, ähm, auch hier, glaube ich, aus unserer subjektiven Sicht, mal positiv, mal negativ, jedes Mal Leute zu onboarden auf dem Tool, kann auch einfach ermüdend sein, Wortführerschaft deutlich mehr gewechselt, alle machen mit, beziehungsweise auch vor allem junge Leute, top, das ist unser Helpo-Thema, das hatten wir hier schon mal, ähm, niedrige Hirn, visuelle Optionen, das hatten wir, glaube ich, alles schon, habe ich irgendwas unterschlagen? Okay, sehr spannend, ähm, Kommentare hierzu, oder habe ich irgendwas falsch wiedergegeben, ähm, irgendwelche anderen Erfahrungen, als die, die ich genannt habe, oder die ich hier gerade vorgelesen habe? Ergänzung? Ja, also ich, was heißt Ergänzung? Ich finde, also vieles ergänzt sich halt, beziehungsweise ist halt so Vor- und Nachteil, beziehungsweise muss man halt genau aufpassen, ähm, weil ich finde auch diese, diese Hippo-Thematik, beziehungsweise eben insbesondere Leute zu aktivieren, ist eine, eine große Chance, ähm, auf der anderen Seite sehe ich das irgendwie als, ähm, wie heißt das, Facilitator, enorm schwierig, eben, weil ich, ähm, keinen direkten Draht habe, beziehungsweise irgendwie nur, sehr schwierig finde, ähm, Leute zu aktivieren, beziehungsweise, ähm, womöglich auch alle Teilnehmer irgendwie, angemessen wahrzunehmen. Also ich finde, das hat, also vieles von denen hat halt so Vor- und Nachteile, ähm, die man, ja, die man halt frühzeitig bedenken muss, und wo man irgendwie, relativ hohe Awareness haben muss. Ja. Ah, was ich finde interessant ist, diese, Fokus-Zeit ist Fokus-Zeit, ich habe das ganz genau umgekehrt, unterschrieben mit, ähm, Nachteile, weil ich sehe, alle diese virtualen Workshops, Leute machen alles, die sind nicht, ähm, mit Soul and Body, ähm, dabei, äh, weil die machen E-Mails oder verschiedene Dinge, und das ist so viel einfacher, wenn das virtuell erstattet Workshops ist, als, ähm, ein Präsens. Und ja, diese Lack of, Power of Präsens, das sehe ich echt negativ. Ja, vielen Dank. Ist, glaube ich, spannend, ne, wie Malte gerade sagte, fast alle von diesen Dingen haben eine positive und eine negative Seite, also, ein Fokus-Zeit ist Fokus-Zeit, kann, ähm, also gebe ich, ähm, Agatha recht, ist ein Thema, haben wir immer in den Workshops bei vielen Teilnehmern, das ein Problem ist, weil nebenbei Dinge passieren, andererseits, in der klassischen Remote-Arbeit für einen Designer oder einen Programmierer zum Beispiel, vielleicht auch nicht in einem Workshop-Setting, kann man wirklich Sachen auch mal runterarbeiten und die, ähm, die Distractions sind relativ gering. Aber ja, es gibt immer eine positive, eine negative Seite von diesen Dingen. Lass uns doch mal runtergehen und uns anschauen, was negativ ist. also, kleinteiliger Terminkalender, ja, glaube ich, hundertprozentig, also, wenn ein Meeting direkt auf das nächste folgt und, ähm, wir kennen das alle, Leute springen wirklich aus dem einen Meeting raus und gehen ins nächste, das ist für alle Beteiligten, glaube ich, anstrengend, ähm, fehlt Vorbereitungszeit und wenn es kurz der Weg über den Gang ist in den nächsten Meeting-Raum, ähm, ist schwierig. Low Involvement hatten wir gerade, Kino, ähm, Leute gucken einfach zu, lassen sich berieseln, dieses ich ziehe mich zurück, was vielleicht vorher in einem Workshop schwieriger war, geht hier noch besser. Eingehen auf stille Teilnehmer, ähm, interessant, weil das ja genau der Kontrapunkt ist zu dem, was wir oben gesagt haben, dass nämlich auch Leute, die ein bisschen introvertierter gut zu Wort kommen, aber ja, also ich glaube, es ist vor allem eine Methodik und vor allem ein Moderationsproblem, kann ich Leute, die sich stärker zurückhalten, zum Beispiel über eine Methodik, die sehr stark auf Schreiben angelegt ist, stärker innovieren und kann ich sie durch eine saubere Moderation, zum Beispiel durch eine Melden ähm, und ich als Moderatorin nehme die Leute der Reihenfolge nach dran, kann das auch durchziehen, kann das auch durchsetzen, kann ich, kann ich das dann auch die stilleren Teilnehmerinnen und Teilnehmer mitnehmen. Gefahr, keine Zufälle, okay, das finde ich interessant, ist ein großes Thema ja immer wieder auch von, klassisch von Gegnern von Remote Arbeit, dass eigentlich diese, diese Serendipity fehlt, also dieses, diese Zufälligkeit in den Begegnungen, die Zufälligkeit in Ideen, ähm, weil halt alles eigentlich nur darauf ausgelegt ist, dass ich eine Agenda, eine Methodik, ähm, oder einen Projektplan abarbeite, glaube ich, ist ein Riesenthema, also wie kriege ich eigentlich so zufällige Begegnungen, zufällige Ideen, Sachen, die nicht geplant sind, mit rein. Ein sozialer Austausch fehlt, ja, also schlicht und einfach gemeinsam vorher, ein paar Minuten vorher in den Raum zu kommen oder nach einem Workshop, ähm, vielleicht abends ein Bier zu trinken, gemeinsam Mittag zu essen, alles Dinge, die, ähm, die wegfallen, Eintönigkeit, fehlende Abwechslung, immer nur im Homeoffice sitzen, die Kaffeeküche, glaube ich, äh, ein Thema, drei Kilo, finde ich interessant, ähm, äh, interessant, glaube ich, mal zu sehen, wer hat zugenommen, wer hat, äh, wer ist super sportlich geworden in den letzten 18 Monaten, ich glaube, gibt es genau diese beiden Pole und dazwischen nichts, ähm, lack of focus, concentration, multitasking, hatten wir auch gerade schon, das heißt, ich kann tausende andere Sachen machen, lack of between the lines discussions, das würde ich mal hier in, äh, zum Thema, ähm, Zufälligkeit packen, das glaube ich, hat für mich eine ganz hohe Nähe, das heißt, wenn ich nur der Agenda folge, habe ich dann noch Dinge, die zwischen den Zeilen passieren, die zwischen der Agenda passieren, einfach mal hinschmieren, hat häufig nicht geklappt, ähm, korrigiert mich, wenn ich das falsch interpretiere, ähm, aber meine Interpretation, Interpretation davon ist, eine Remote-Arbeitssession funktioniert immer dann, wenn sie sauber vorbereitet ist, also ein Mangel an Vorbereitung und mal so eben machen, das ging immer noch in Präsenz-Workshops, das wird in Remote-Workshops viel schwieriger, aber korrigiert mich, wenn ich das falsch interpretiere, mitunter technische Hürden, zu viele Tools, zu alte Führungskräfte, ja, das ist leider so, ähm, Konzentration, hatten wir ja schon, Verbindlichkeit bei virtuellen Meetings, ja, Leute gehen raus, Leute gehen rein, No-Work-Life-Work-Balance, ja, wenn ich immer zu Hause sitze und alles miteinander verschwimmt, ist das ein Thema, wir haben das Thema Miro erklärt, das heißt, ich habe die technischen Hürden, gerade, ähm, bei den Kolleginnen und Kollegen, die noch nicht so viele Berührungspunkte damit haben, ich habe Schwierigkeiten, die Temperatur im Raum zu fühlen, also, wie sind Leute eigentlich drauf, was wir fast immer machen, nach jedem Workshop-Tag, kurzes Feedback, das heißt, wenn wir einen mehrtägigen Workshop haben, haben, machen wir am Ende immer zumindest eine Feedback-Runde, um die zu erfüllen, das geht manchmal gut, das geht manchmal aber auch nicht so gut, und, ähm, ich glaube, was dann auch die Schwierigkeit ist, eine Temperatur zu halten, also, hat man eine gute Temperatur, die zu halten, ist virtuell sehr viel schwieriger, als es vielleicht vorher in Präsenz-Workshops, das, äh, der Fall war. Informelle Gespräche mit Aha-Effekt, auch das hatten wir hier schon mal, äh, ein paar Mal, ich habe, ähm, ich habe das hier nochmal das Thema Technik, Energielevel, hier doppelt sich jetzt viele, Serendipity hatten wir gerade schon, Vorbereitungsaufwand für Remote-Formate, ja, Thema Vorbereitung, wenn ich gut vorbereitet sein will, dann muss ich mich gut vorbereiten, Pausen bleiben liegen, ähm, interessant, dass das eine Beobachtung ist, ähm, meine Beobachtung ist, dass zumindest in den Workshop-Formaten eigentlich die Pausen ganz gut eingehalten werden, aber, ähm, auch das kann sehr unterschiedlich sein, Ablenkung durch Chats, hatten wir wenig persönlich, zu wenig Ausgleich neben der Arbeit, das ist hier das Thema Work-Life-Balance, also, sehr spannend, ich schaue gerade mal, ob wir irgendwas übersehen haben, aber ich glaube nicht, also, was man sieht, ist, wir haben ein Energieproblem, also, Leute gucken nur zu, ähm, Leute sind abgelenkt, Leute springen von einem Meeting ins andere, Riesenthema, glaube ich, haben fast alle, die schon mal irgendwelche Workshops Remote Facilitated haben, ähm, wir haben das große Thema, ähm, mangelnde Zufälligkeit, mangelnde zwischen den Zeilen, ähm, mangelnde Interpersonalität, das heißt, alles, was vorher mal so auf einem Gang stattgefunden hat, im gemeinsamen Mittagessen, in den zehn Minuten, in zehn Minuten, äh, vor und in zehn Minuten nach einer Session, vieles davon fällt weg, das macht viele Dinge schwieriger, das macht Dinge, Dinge, die außerhalb der Agenda stattfinden, fast unsichtbar, ähm, das ist ein Riesenthema, und, ähm, der dritte Block, glaube ich, den wir hier ganz stark bemerken, ist natürlich diese Vermischung von Arbeit und Privatem, also, ich sitze immer am gleichen Ort, ich kriege meine Balance nicht mehr so richtig hin, glaube ich, das sind so die großen drei Themencluster, die ich jetzt erstmal identifizieren würde, dazu Ergänzung. Cool, super, vielen Dank. Wir lassen das hier mal so stehen, ähm, und, ähm, ich würde gerne mal mit euch nochmal einen Schritt weiter gehen, wir haben jetzt sehr stark über Remote Work, im Allgemeinen gesprochen, der Titel von diesem Event ist ja, dass es um Remote Innovation geht, ähm, warum trennen wir das so ein bisschen, für uns ist Remote Innovation ein Teilbereich des großen Kosmos Remote Work. Das heißt, ähm, es gibt ganz viele Dinge, die in einem, ähm, in einem Remote Work Gesamtkontext relevant sind, aber nicht jede davon hat auf dieses spezielle Thema von Innovationsentwicklung in Remote Settings, einen gleich großen Einfluss. Wir definieren Remote Innovation als zeit- und ortsunabhängigen Prozess der Identifikation und Umsetzung neuer Produkte und Geschäftsmodelle. Heißt, ortsunabhängig relativ klar, wir alle sitzen gerade an unterschiedlichen Orten, die einen mal mehr, die anderen weiter voneinander, äh, weniger und mal mehr voneinander entfernt. Ähm, das Interessante ist das Thema zeitunabhängig. Das passiert noch sehr, sehr wenig, das heißt, die meisten Remote Prozesse, die meisten Innovationsprozesse, die heute stattfinden, sind synchron. Für uns die große Frage, mit der wir uns ganz viel beschäftigen, wie können sie eigentlich asynchron stattfinden? Also, wie können das passieren, dass wir gar nicht im gleichen Zoom-Meeting sein müssen? Und dann, ähm, und das ist für uns, äh, Basilica Pauli, glaube ich, das, ähm, sehr, sehr, sehr das Thema ist, wir arbeiten in, in zwei Bereichen. Das eine ist, wir wollen Sachen identifizieren und verstehen und dann wollen wir sie umsetzen. Das sind zwei sehr unterschiedliche Tasks. Ähm, ähm, der zweite Task, der Umsetzungstask, der ist quasi prädestiniert für Remote Settings. Der erste Task der Identifikation ist ein sehr kollaborativer, geht's ganz viel um User Research, geht's ganz viel um Austausch mit Stakeholdern, ist schwieriger und, ähm, macht Sachen ein bisschen komplizierter in einem Remote Setting. Aber das nur so ein bisschen für eine Begriffsklärung. Wir haben für uns drei Säulen definiert, in denen wir denken. Also, diese drei Säulen nennen wir People, Process, und Place. Warum? Die kommen ehrlicherweise nicht aus einem Remote Setting. Die haben wir ja als Säulen für unsere Arbeit seit vier oder fünf Jahren definiert, bevor das Thema Remote eigentlich noch so ein Riesen, äh, Riesen relevant war. Das hat, jede dieser Säule hat so ein paar Elemente. Also, wenn wir uns bei dem Thema People anschauen, worum geht's da eigentlich? Dann sind so Themen wie Hiring gerade interessant. Also, wie kann ich eigentlich den Kreis, in dem ich hire, vergrößern? Also, welche Chancen, aber welche Risiken öffnet das mir auch? Also, wenn wir hier in Hamburg sitzen, dann, ähm, haben wir gerade, ähm, Interviews mit potenziellen Bewerbern aus ganz Deutschland, teilweise auch Österreich und Schweiz. Einfach, weil wir die Stellen als Remote Stellen ausschreiben. Sind, wissen wir genau, wie das funktioniert? Nein. Aber, es ist erstmal eine Möglichkeit. Wir haben einen Kollegen, der arbeitet auf dem Projekt seit drei Monaten, der sitzt in Valencia. Habe ich in meinem Leben noch nie persönlich gesehen. In Deutschland, der sitzt da, macht einen Top-Job. Kein Problem. Mir völlig egal, ob er in Valencia sitzt, ähm, oder im Haus nebenan. Das heißt, wir können ganz anders heiern. Das ist das Erste. Das Zweite ist, welche Skills brauchen eigentlich die Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten? Wie verändert sich eigentlich so ein Skillset? Also, brauche ich eine andere Art von Kommunikation, wenn Leute Kilometer, ähm, voneinander entfernt sind und sich in ihrem Leben noch nie persönlich getroffen haben? Und das Dritte, und darüber haben wir ja gerade schon gesprochen, ist, wenn das alles stimmt, also wenn ich die richtigen Leute geheilt habe, mit den richtigen Skills, wie kann ich dann langfristig dafür sorgen, dass ich eigentlich eine Kultur aufbaue, die auch als Kultur und als Unternehmensidentifikation wahrgenommen wird? Wie schaffe ich es, dass Leute das nicht einfach nur irgendwie an ihrem Schreibtisch sitzen und ihre Taskliste runterarbeiten, sondern wie schaffe ich, dass sie das irgendwie cool finden und das gerne machen und es mehr ist, als Abarbeiten von Aufgaben und am Ende ein bisschen Geld dafür zu bekommen? Also, ist die Säule People. Die zweite Säule ist das Thema Process. Ich glaube, ich wichtig an den Jewe. Wir haben da eben schon mal drüber gesprochen. Das heißt, Methodik ist ein Riesenthema geworden. Gliedert sich in drei Bereiche für uns ganz grob. Vorbereitung, Durchführung, Nachbereitung. Der meiste Fokus in Blogposts, in Videos, in Fortbildung dreht sich um das Thema Durchführung. Also, wie kann ich ein Energielevel hochhalten? Wie kann ich Leute engagen? Mit welchen Tools arbeite ich? Es geht ganz viel um das Thema Durchführung. Wir glauben, es gibt einen Schritt davor, der ist mindestens genauso wichtig und das ist das Thema Vorbereitung. Die Erfahrung zeigt und das hat mir eben gerade auch schon mal ein bisschen bei dem Sailboat ist, dass Remote Workshops, die sauber vorbereitet sind, viel, viel besser laufen. Andersrum, Remote Workshops, die schlecht vorbereitet sind, verzeihen sehr, sehr wenig und funktionieren nicht so gut. Deswegen, Process ist Vorbereitung, Durchführung, Nachbereitung und Place am Ende ist etwas, wir müssen uns ja irgendwo treffen, wir müssen uns ja irgendwo austauschen. Wenn dieser Place kein physischer Ort ist, was ist das dann von Ort? Und auch hier gibt es im Grunde drei Arten von Orten. Es gibt synchrone Orte, wir sind gerade über Zoom in einem synchronen Ort. Zoom ist ein klassischer, Video Chats, Video Conferencing ist ein klassischer, synchroner Ort. Spiegelt im Grunde das, was wir vorher gemacht haben, wir haben uns synchron in einem Konferenzraum, in der Location getroffen, haben miteinander gesprochen, jetzt treffen wir uns synchron in einem virtuellen Ort. Zweiter Schritt sind asynchrone Orte. Slack ist ein asynchroner Ort. Miro ist tendenziell auch ein asynchroner Ort. Miro kann beides, kann eine Synchronität, also ihr könnt mir folgen in dem Miro-Board, wir können parallel darin arbeiten, aber es kann auch asynchron funktionieren. Also ich kann jetzt was machen und Sarah arbeitet da heute Abend dran weiter. Wir brauchen keine zeitliche Überschneidung. Und das dritte ist, und ich glaube, das wird interessant, ist, gibt es hybride Orte? Also kann ich wechseln von einem synchron in einen asynchronen Ort? Ist Miro heute schon ein synchroner Ort? Oder habe ich vielleicht auch einen hybride Ort? Oder habe ich vielleicht auch eine hybride Orte, wo sich offline und online mischen oder abwechseln? So, auch darauf, wir haben da keine Antwort drauf, aber das sind total spannende Fragen, mit denen wir uns beschäftigen. Weil natürlich, und das haben wir eben gesehen, viele von euch gesagt haben, warte mal, also das funktioniert zwar alles ganz gut, aber offline Workshops, habe ich das Gefühl, sind eigentlich schon die besseren. Und deswegen ist die große Frage für uns, gibt es eigentlich zukünftig hybride Orte, die synchrone und asynchrone Arbeit verbinden, die aber vielleicht offline und online Arbeit verbinden? Total interessante Frage, ohne dass wir eine Antwort auf haben. Hier ist irgendwas verschoben. Hier ist hier ein Frame reingerutscht. Anyway, der nächste Frame nennt sich How Might We? Viele von euch werden das Format kennen, How Might We Notes. Da geht es darum, dass wir Fragen formulieren, die wie eine Herausforderung, wie ein Sprungbrett definiert sind. Mit How Might We? Oder auf Deutsch, wie können wir? Und was wir gerne machen möchten, ist, wir möchten Fragen sammeln. Wir möchten inhaltliche Sprungbretter gemeinsam mit euch sammeln, um zu schauen, wie können wir eigentlich in den nächsten Wochen und Monaten unter Umständen diese Fragen entwickeln und unterschiedliche Formate da rausbauen. Und das wollen wir machen in diesen drei Säulen, People, Process und Place. Wir haben hier mal Beispiele genannt. Also, für das Thema People kann ein How Might We sein, wie können wir sicherstellen, dass unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen die Skills lernen, die sie in den nächsten zwei Jahren brauchen, auch wenn wir sie, also Skills, noch gar nicht kennen. Total interessante Frage. Also, wie geht man mit dem Thema Weiterbildung und Skillaufbau eigentlich um? Welchen Wert haben noch Abschlüsse in der Zeit, wo sich innerhalb von zwölf Monaten eigentlich alles geändert hat? Process ist, wie können wir die Aufmerksamkeit von Teilnehmern und Teilnehmern in Remote Workshops steigern? Relativ klar haben wir gerade darüber gesprochen. Place, wie können wir dem Wunsch nach physischer Gemeinschaft nachkommen? Es ist ein Thema, was ganz, ganz viele Leute haben, ohne eigentlich wieder in diese alten Verhaltensmuster zurückzufallen. Also, auf einmal ist das Homeoffice wieder die Ausnahme, weil irgendwelche Leadership-Menschen sagen, ist doch cool, alle durchgeimpft, Corona ist vorbei, kommt wieder zurück in unsere schönen Offices. Das sind die Fragen, auf die wir, wie gesagt, noch keine Antworten haben, aber ich glaube, der erste Schritt ist, die richtigen Fragen zu stellen, die richtigen Fragen zu sammeln. Das heißt, wir würden gerne mit euch diese Fragen hier einmal sammeln und dann gemeinsam überlegen, was kann man daraus machen? Ja? Das heißt, nehmt euch, ihr könnt euch diese Post-its am besten, dupliziert ihr euch die einfach und dann versucht mal am besten, pro Säule hier, pro Quadrant, mal so ein oder zwei Fragen zu formulieren und dann lasst uns die gleich mal einmal durchgehen und besprechen. Okay, lasst uns nochmal schauen, was wir hier haben. People, also, hatten wir gerade, wie können wir sicherstellen, äh, dupliziert, Sachen gehen nicht mehr weg bei mir. Ich kann auch gerade die Frames nicht löschen. Ähm, anyway, wir machen weiter. Wie können wir herausfinden, wie man sich als Facilitator in Zukunft ausstellt? So, spannende Frage. Ähm, wie können wir Berufsansteiger, arbeitslose Personen und älteren Arbeitnehmer integrieren? Ja, wie können wir, das haben wir doppelt, wie können wir verhindern, dass die Freizeit in Vergessenheit gerät? Wie können wir persönliche Interaktionen zwischen den Mitarbeitern und Mitarbeitern verhalten? Wie können wir sich, sicherstellen, das ist alles dupliziert, dupliziert, dupliziert. Wie kann die Unternehmenskultur aufrechterhalten werden, die vorher sehr von Menschlichen Zusammentreffen geprägt war? Wie kann der Spirit an die neuen Kolleginnen und Kollegen, die remote ongebordet werden, weitergetragen werden? Wie können wir sicherstellen, dass auch neue Mitarbeiter, die jetzt kommen, den ehemaligen Spirit einer Firma mitbekommen? Wie können wir diesen jetzt digital übertragen? Oder geht es nur offline beziehungsweise hybrid? wie erzeuge ich Gemeinschaft? Was macht uns aus, was macht aus uns ein Team? Wie kann man den Event-Charakter eines Workshops wiederherstellen? Wie kann jeder mit Freude nicht zwang, wie kann jeder mit Freude nicht zwang, eine Facilitator-Expertin werden? Sind mir ehrlicherweise zu viele Abkürzungen drin. Das M steht vielleicht für Miro. Wie können wir persönliche Interaktionen fördern? Okay, spannend. Das hier mal die Dubletten. Okay. Next one. Process. Wie können wir die Aufmerksamkeit der Teilnehmer in den Remote-Workshops steigern? Hatten wir. Wie können wir für Menschen auch zu Hause hochwertiges Arbeits-Setup schaffen? Super spannend. Es gibt ein Start-up aus Amerika, stark finanziert, die machen nichts anderes. Als einfach Leuten in Homeoffice die komplette Infrastruktur hinstellen und sie auch wieder abzuholen, wenn die Leute den Job wechseln. Also Logistik ist eigentlich ein Riesenthema. Wie können wir die technischen Hürden für Teilnehmende verringern? Ja, Riesenthema. Wie können wir Raum für tiefe Gespräche schaffen? Interessant. Wie können wir den emotionalen persönlichen Austausch anregen? Wie können wir die unterschiedlichen Gruppencharaktere bestmöglich einbinden? Wie kann effektive und engagierende hybride Workshops neu gestalten? Wie kann man effektive und engagierende hybride Workshops neu gestalten? Wir haben etwas dazwischen zwischen Process und Place. Wie schaffen wir es, Wissen nachhaltig festzuhalten? Digitale Boards kommen schnell, sind der Erfahrung nach, aber auch schnell wieder vergessen. Eine Offline-Happening bleibt da länger in Erinnerung. Ja, interessant. Wie können wir dem Wunsch nach physischer Gemeinschaft nachkommen, ohne wieder ein alter Anwesenheitsmuster zu befallen? Sind Coworking Spaces die Zukunft für die, die weltweit arbeiten wollen? Wie lassen sich die drei Säulen People, Process, Place vereinigen? Was genau sind asynchrone Ordner? Wie schafft man Work-Life-Balance, sodass private Zoom-Calls noch Spaß machen? Information-Overflow, wie bekommen wir es hin, dass nicht einfach mehr die Lösung ist? Durch das digitale Teilen werden schnell Leute mit abgeholt. Doch hat man den zum Beispiel 5-Stunden-Workshop nicht miterlebt, wenn man nur das Board einmal betrachtet. Ja. Wie können wir zufällige Begegnungen zwischen Menschen verstärken? Wie viele Orte brauchen wir? Okay, wie können wir allen ermöglichen, dort zu arbeiten, wo er, sie, dies am liebsten tun? Wo ist meine professionelle Heimat? Okay, mega Themen, mega Fragen, wie ich finde. Dinge, an die ich persönlich noch gar nicht gedacht habe, finde vor allem, was hier unten bei Place gerade stattfindet, extrem interessant. Gibt es Anmerkungen noch dazu? Wie ist euer Gefühl, nachdem wir jetzt mal so ein paar Sachen gesammelt haben und ehrlicherweise sehr groß gedacht haben und sehr fast schon, ich will es jetzt nicht existenziell nennen, aber das sind schon tiefe Fragen, die hier gestellt werden. Finde ich in dem Kontext extrem spannend. Wie seht ihr das? Ja, vielleicht rede ich einfach mal rein. Ich hoffe mal. Super gern, super gern. Also es ist natürlich eine Frage, in welcher Konstellation ich arbeite, weil ich jetzt aus einer Situation komme, von mir kommt zum Beispiel diese Heimatgeschichte und wie viele Orte ich brauche, weil ich, da ich als Freelancer arbeite, für mehrere Kunden im großen Bereich bin, also ich hatte dieses Jahr einen Kundenkontakt in echt und zwar nur, um mir einen neuen Rechner abzuholen beim Kunden für das nächste Projekt. Das war dieses Jahr mein einziger Offline-Kundenkontakt. Das heißt, das ist unheimlich remote und da bewegt sich auch unheimlich viel und ich finde, zu allen Themen ist da schon was angekratzt. Ja, also da sind unheimlich viele Dinge in Bewegung und deswegen macht es ja auch so Spaß, sich darüber auszutauschen und dann auch mal das Thema, was davon übrig bleibt, weil sich viele ja auch darin neu definieren. Ja, also man wird irgendwie, finde ich, es gibt ganz viele Gespräche, wo man darüber diskutiert, was ich nicht mehr will und was ich weiter haben will und das sind Art von Gesprächen, die habe ich lange nicht gehört, nicht im professionellen Kontext. So, und das ist doch sehr erstaunlich, was da aufbricht, sage ich mal und was damit angestoßen wird und das sieht man ja auch in diesen Fragen, denke ich, also weil du gerade selber sagst, große Themen, ja, aber das ist tatsächlich, das ist tatsächlich passiert. Also die Störung im System war so groß, um jetzt mal mit den Systemischen zu sprechen, dass da Dinge aufbrechen und wirklich grundsätzlich diskutiert werden. Das ist, das macht die Sache, glaube ich, so spannend. Ja, unbedingt, extrem spannend. Ja, ich nochmal zu dem Thema mit dem, wie viel ist zu viel oder irgendwas mit mehr, da habe ich auch drüber nachgedacht, weil einerseits hatte ich ja zum Beispiel gesagt, dass ich jetzt die Situation genutzt habe, um zum Beispiel mehr zu Workshops zu gehen, aber andererseits stimmt es auch, man schreibt ja eigentlich nicht mehr mit, man weiß, okay, das wird mir dann am Ende sowieso zugeschickt oder ich kann das Board dann mir nochmal angucken, und es kann schon sein, dass dann auch vieles einfach dann doch rein und raus geht, wie man das dann ja eigentlich auch doch nicht will, obwohl man dann noch mehr Zeit eigentlich rein investiert hat, um sich die Sachen anzuarbeiten. Ich schaue so ein bisschen auf die Uhr, weil ich würde versuchen, dass wir halbwegs pünktlich fertig werden. Was ich denn machen möchte, ist, weil wir so ein bisschen schauen wollen, ich habe das eingangs gesagt, wir haben nicht zwingend Antworten heute mitgebracht, aber wir wollen gemeinsam einmal schauen, was sind eigentlich die Fragen, mit denen wir uns beschäftigen wollen, und im nächsten Schritt können wir uns auch überlegen, was können wir daraus für Antwortformate machen. Was ich gerne einmal machen möchte, es ist nicht verbindlich, es ist einfach mal wie so eine Art Heatmap, dass sich jeder pro Quadrant, also hier so einen von diesen von den roten Punkten nimmt, den auf ein Post-it pro Quadrant schiebt. Einfach damit wir mal so ein Gefühl haben, was sind die Themen, die die Gruppe hier eigentlich so am meisten anfassen. Okay, lasst uns mal anschauen, was wir hier haben. Also, ich weiß nicht, ob die sich hier oben einfach als Bug verirrt haben, aber wir haben relativ viele hier bei dieser initialen Karte, die wir hatten, wie können wir sicherstellen, dass unsere Mitarbeiter und Mitarbeiter die Skills lernen, die sie in den nächsten zwei Jahren brauchen, auch wenn wir sie noch gar nicht kennen. Können wir herausfinden, wie man sich als Facilitator in Zukunft ausstellt? Wie erzeugen wir Gemeinschaft und ein Team? Wie können wir das Thema, auch glaube ich, das hängt hier stark mit zusammen, das Thema Gemeinschaft, also den ehemaligen Spirit, wie können wir den eigentlich durchtragen und neuen Mitarbeitern zeigen? Dann haben wir hier unten das Thema tiefe Gespräche, emotionaler, persönlicher Austausch, das hat, glaube ich, sehr viel miteinander zu tun. Hybride Workshops, wie kriegen wir die eigentlich hin? Ehrlicherweise, was ist das eigentlich genau? Also, wie definieren wir hybride Workshops eigentlich? Wie können wir Gruppencharaktere bestmöglich einbinden? Und wie können wir das Thema Aufmerksamkeit eigentlich gut spielen? Und auch über längere Workshops. Und dann haben wir hier unten die Themen, wie können wir diese drei Säulen, People, Process and Place, eigentlich vereinigen? Wie können wir, das geht mit dem Thema Hybrid einher, wie können wir eigentlich diesem Wunsch nach physischer Gemeinschaft nachkommen, ohne eigentlich wieder ein altes Muster zu verfallen? Und wie können wir es trotzdem auch allen ermöglichen, dort und da zu arbeiten, so zu arbeiten, wie sie es wollen? Ich muss einmal kurz den Platz wechseln, weil mir der Strom ausgeht. So, weiter geht's. Und wir haben das Thema Heimat am Ende nochmal. Die professionelle Heimat, wo ist die und wie viele habe ich davon, was Peter gerade aufgebracht hat? Okay, spannende Themen. Was wir machen ist, ich glaube, Sarah, du kannst das Board nur, super, genau. Wir haben für die nächsten Sessions ein paar Speaker eingeladen, weil ich habe das anfangs gesagt, was wollen wir eigentlich machen? Wir wollen das eigentlich explorieren, dieses Thema gemeinsam. Und dazu macht es Sinn, dass wir uns Leute reinholen, die eine bestimmte Perspektive auf Dinge bringen. Und da haben wir mal so ein bisschen geguckt, wer ist eigentlich so in unserem Netzwerk und haben mir immer die ersten Speakerinnen und Speaker angefragt, die auch Lust haben, einfach hier mal dabei zu sein. Die bringen dann unterschiedliche Perspektiven rein. Also, Tim Herbig hat sich ganz viel mit dem Thema Product Discovery gerade in Remote-Kontexten beschäftigt. Ist da, glaube ich, in Europa vielleicht einer der führenden Experten rund um das Thema Produktmensch sehr, sehr erfahren, hat eine sehr spannende Sicht auf die Dinge. Dann haben wir Valerie und Rebecca. Valerie und Rebecca haben Remy gegründet. Da geht es um das Thema Kultur in Remote-Companies. Das heißt, die bauen gerade ein Tool dafür, dass man die Kultur auch an unterschiedlichen Orten aufrechterhält oder überhaupt erst entstehen lässt. Riesenthema. Wir schließen gerade ihr Fundraising ab und wachsen und hiren auch. Sehr, sehr spannend. Und wir haben Thomas Gläser von Xing. Ich glaube, Sarah, dazu kannst du ein bisschen mehr sagen. was er macht. Ja. Er ist Product Leader bei Xing Events und das ist eine Kombination aus Events und Xing sozusagen dem Netzwerk und da geht es darum, wie man Events heutzutage veranstalten kann. Also ich denke, als es angefangen hat, ging es mehr um die Offline-Events tatsächlich, aber jetzt beschäftigen sie sich auch ganz viel mit Online-Events. Ich kann mir vorstellen, dass er dazu dann auch noch ganz viel erzählen kann und ansonsten ist er viel mit Produktstrategie und Produktdesign beschäftigt. Wenn ihr hier noch andere Vorschläge habt, packt die gerne rein. Könnt ihr jetzt machen, könnt ihr auch später machen. Könnt ihr uns auch per Mail schicken, wenn das erstmal ist, was man vielleicht im kleineren Kreis besprechen sollte. Dafür ist hier Platz. Aber das ist die Idee von dem Format. Wir holen immer unterschiedliche Perspektiven rein. Wir haben immer einen Schwerpunkt. Das heißt, jemand wie Tim spricht stärker über das Thema Product Discovery. Valerie und Rebecca sprechen sehr stark über das Thema Remote Culture und darüber können wir uns unterschiedlichen Themen nähern. Und das zeigt ja auch, die Themen, die wir identifiziert haben gerade eben, zeigen ja auch, wie wichtig das ist und wie unterschiedlich die auch sind. und da dann nochmal eine Expertenmeinung zu bekommen, einen anderen Blick auf die Dinge, glaube ich, ist ganz interessant. Und dann können wir überlegen, was machen wir eigentlich daraus aus diesen Erkenntnissen. Das ist ein bisschen geplant für die nächsten Monate. Wir werden Minimum eine von diesen Sessions im Quartal machen. Vielleicht werden es mehr. Das müssen wir mal gucken, wie sich alles entwickelt. Aber das ist im Grunde der Plan. Eine Sache noch. Ich habe es eingangs gesagt, wir haben uns sehr viel mit dem Thema Methodik beschäftigt in den letzten 12, 18 Monaten. Wir haben unser eigenes Playbook daraus gebaut mit eigenen Miro-Templates. Das heißt, da sind jetzt 32, 36 Templates, glaube ich, die miteinander kombiniert werden. Alle funktionieren miteinander. Das haben wir irgendwann mal zusammengebaut und wirklich auch als Produkt gemacht. Könnt ihr, hier ist die URL drin. Es gibt einen 70% Discount für die, die es interessant finden. Und ansonsten haben wir, ihr geehrte ScanMiroVerse, einige, zwei sind es jetzt. Ich glaube, wir hatten noch eins in petto, was wir mal publischen wollen. Hier Templates bei Miro direkt geschert. Glaube ich, ganz interessant. Profiling Web ist eine Methode, um Ideen zu evaluieren, sehr spielerisch in einem Team, sehr visuell, bringt viel Spaß, haben wir selber entwickelt. Blue Ocean Strategy haben wir nicht selber entwickelt. Ist ein sehr, sehr etabliertes Tool, um Marktstrategien, Markteintrittsstrategien und Produktfeatures zu planen. Super Tool, 50, 60 Jahre alt, aber immer noch eins der besten Tools, um wirklich mit einer Business-Brille auf Märkte zu schauen, haben wir mal eine Miro-Board übertragen, arbeiten wir sehr, sehr gerne mit. Könnt ihr euch da angucken. Genau, dazu vielleicht kurz noch. Wir sind auf jeden Fall auf Englisch, wir haben sie aber auch nochmal auf Deutsch, also falls ihr die beiden noch auf Deutsch seid, schreibt uns einfach eine E-Mail und dann kriegt ihr nochmal den Link. Genau. Schön, dass hier auch einfach alles jetzt verschoben sind und überall irgendwelche Frames. wir würden gerne nochmal ganz, ganz kurz eure Aufmerksamkeit für eine kleine Feedback-Runde nutzen. Das heißt, einfach mal aus eurer Perspektive, was hat dir gefallen, was nimmst du mit, was hat dir gefehlt, wovon willst du in Zukunft mehr, das sind diese vier Quadranten. Einfach kurz mal 60 Sekunden oder 90 Sekunden nehmen, würdet ihr uns total helfen, da würden wir ein direktes Feedback bekommen und damit wären wir dann auch am Ende und sind relativ pünktlich auch fertig. Ja, vielleicht, dass es nicht so weird ist und ihr denkt, wir gucken euch jetzt so bei Feedback schreiben, wollte ich doch sagen, ihr könnt gerne, wenn ihr so ein Key-Takeaway heute noch habt, das bei Social Media teilen, bei LinkedIn, da könnt ihr gerne Add Silicon Valley hinzufügen, freuen wir uns und ja, ganz rechts auf Bord gibt es noch ein paar weitere Links, einmal zur Miro Community, die gibt es auf Deutsch mittlerweile, da kann man sich ein bisschen zu allen Themen zu Miro austauschen, außerdem unsere E-Mails, dann auch die Kontaktdaten für den Miro Head of Events und außerdem, genau, noch die Event-Seite, es gibt nämlich noch ganz, ganz viele andere Miro Events, auch auf Englisch, auf Spanisch, falls ihr da fähig seid und ja, da könnt ihr euch immer angucken, was es so gibt demnächst, unsere Events sind da auch immer zu finden. Cool, vielen Dank, Sauer. Okay, während ihr schreibt, ich will es mir nur, lasst uns einmal raufschauen gemeinsam, Top-Orga, spannende Themen, vielen Dank, gute, klare Ansage, Zielsetzung und hat angeregt, Atmosphäre in der Runde, ja, finde ich auch, interessante, relevante Fragestellungen, gute Atmosphäre, offene Fragestellungen, vielen Dank, Takeaway, es lohnt sich mit euch am Ball zu bleiben, das hoffen wir, danke. Wie funktioniert eigentlich zeitunabhängige Innovation, würden wir auch gerne wissen, Zukunftsthemen und spannende Impulse, gute zukunftsorientierte Fragen, was hat euch gefehlt, Kaffee und Kuchen, nächstes Mal, vielleicht treffen wir uns tatsächlich, also das ist ja auch eine Option, wir haben hier ein bisschen Platz bei uns im Office, vielleicht kann man sich hier auch mal tatsächlich physisch treffen, dann auch Kaffee und Kuchen und dann vielleicht auch ein etwas informellerer Austausch, stimmen wir den anderen Punkten hier zu, bitte ungern auf Video Recording in Public, ja, so ist leider das Format, aber insofern jeder die Möglichkeit, natürlich auch Kamera auszustalten, Tiefe in ein Thema, ja, das wollen wir nachholen, dafür war es ein Kick-Off, aber in der Tat, mehr Austausch zwischen den Teilnehmern, auch das stimmt, haben wir heute sehr wenig gemacht. One more, genau, Hybrid Remote In-Person Events, solche Events, fand ich super, Dankeschön, weiter genau in diesem Thema arbeiten und den direkten Austausch, ich glaube, das ist was, worüber wir uns Gedanken machen können, wie kann man den eigentlich noch stärken, wie können wir auch in weiteren Formaten den noch stärken und auch in einem Remote Setting stärken, aber da schließt sich der Kreis, das sozusagen hier die Metakritik, wie kriegen wir eigentlich persönlichen Austausch in Remote Settings hin, auch das gilt natürlich für dieses Format. Schreibt gerne noch rein, wir gucken uns das nochmal ganz in Ruhe an und nehmen das mit. Unsere E-Mails hatte Sarah hier gerade schon mal gezeigt, also es sind immer initial in siliconpodio.com, das heißt, wenn ihr nochmal in den direkten, direktes Gespräch sucht mit einem von uns, einfach eine Mail schreiben, wir freuen uns darauf und dann lasst uns schauen, wie wir das beim nächsten Mal noch ein bisschen besser, noch ein bisschen spannender, noch ein bisschen persönlicher und noch ein bisschen tiefer hinbekommen. Vielen Dank. Danke, dass ihr dabei wart heute Abend. Vielen Dank euch, war super. Vielen Dank. Macht's gut, schönen Abend. Ja, schönen Abend, ciao. Vielen Dank, tschüss. Danke euch. Ciao.